Willkommen bei OneAppaDay. Jeden Tag eine App. IOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. W2081 Digital Watchface. Es gibt keine Durchschnittsternebewertung, wie immer getestet auf der Galaxy Watch 5 für euch. Und die aktuelle Version ist die 1.0.0, 3 MB ist die Downloadgröße. Das Watchface bietet 21 verschiedene Farbkombinationen, 12-24 Stunden Format, Schritte werden angezeigt, Batterie wird angezeigt, Datum, es gibt drei verschiedene Komplikationen, genau, drei Komplikationen könnt ihr einstellen. Und das Ganze sehr cool gemacht, irgendwie so, mir gefällt das ziemlich gut. Oben sind Schritte, Puls zum Beispiel, dann könnt ihr irgendwie Wetter anzeigen lassen. Datum wird angezeigt in der Mitte, das Batterielevel, alles so in einzelnen Segmenten, unten dann Uhrzeit und zum Beispiel noch irgendwie könnt ihr anzeigen lassen, hier Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Und rechts wird die Woche des Jahres angezeigt. Da hätte mir persönlich besser gefallen, nicht die Woche des Jahres, sondern der Tag des Jahres. Sehr hilfreich, wenn man ein Foto 365 macht und nicht gucken will, sondern gleich auf einen Blick sehen will, welcher Tag des Jahres denn ist. Also nicht das Datum des Monats, sondern eben Tag, was weiß ich, 180, 256, keine Ahnung, ihr versteht, was ich meine. Das Ganze aber so mit Orange und so, wie auch auf den Screenshots zu sehen, das sieht schon sehr futuristisch und irgendwie sehr, sehr geil aus. Überhaupt, wenn man außergewöhnliche Watchfaces haben will, kann man sich alle Watchfaces von 69 Design auf jeden Fall mal angucken. Das ist hier keine bezahlte Werbung oder so von mir. Ich mag das einfach. Ich mag dieses Design oder die Designsprache dieser Watchfaces gern. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatalk, gplus.deo slash oneappatalk oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatalk. Das war One App A Day.